Nintendo gab bekannt, wann sie ihre Nintendo Direct Präsentation von letzter Woche nachholen werden. Und zwar genau eine Woche später, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 14. September um 0 Uhr. Das Direct wurde wegen eines Erdbeams in Hokkaido verschoben, das kurz vor der Ausstrahlung stattfand und neben großen Gebäudeschaden auch mehrere Opfer nach sich zog. Trotz mehrerer Ankündigungen dieser Woche, die potenziell auch Nintendo Direct vorgesehen waren, wie Final Fantasy Crystal Chronicles oder Civilization VI, bleibt die längsten Directs auf 35 Minuten bestehen, weshalb wir annehmen, dass nichts großartig aus dem Direct rausgeschnitten wurde. Genauer wurde der Inhalt nicht definiert, was bedeuten mag, dass wir nicht nur Titel der nächsten Monate sehen werden, sondern auch darüber hinaus. Wir hoffen natürlich auf Metroid Prime 4 und Biondata 3. Wir werden natürlich kurz nach der Ausstrahlung des Nintendo Directs unsere Meinung im aktuellen Audiolog, unserem Podcast auf geekpool.com kundtun.